hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play rom 2 mit makedonien und letzte folge haben wir ein general leider verloren der zur katharischen familie gehörte genau na ja den haben wir dann natürlich ausgetauscht und jetzt geht es hier weiter so ja wir haben letztes mal ein schildträger verloren das natürlich semi gut ist mit denen sind wir jetzt auch verbündet aber mit denen würde ich dann nach ffm gehen und der dann nach auki und diese namen sind einzigartig so ich glaube mit den sind sind ja alle schon bei mit denen werde ich mal hierhin gehen ich werde mal versuchen mit denen irgendwie an zu kesseln visiten gerade so bei uns ja die sehen uns ganz gut mal ihnen mag uns nicht da können wir ja auch krieg erklären besteht oder kurzen nach brechen ach so da haben wir gerade wahrscheinlich einen nicht angriffspakt eingeschlossen warum auch immer wir das gemacht haben du wirst jetzt mal hier reingehen aber ich glaube ich muss das spiele und glaube ich muss das spielen warte mal um wir umstellen es mal fünf runden bis zur kapitulation das ist ein bisschen lang aber wir umstellt mal weil wenn wir glück haben kommt heraus aber um bezweifle ich ein bisschen weil das wird dem nicht von ihm die haben wir schon bewegt den noch nicht dann bewegen wir ihn mal hierhin dich bewegen wir nach da linke faust und das ist die schade wo es die rechte faust ist jetzt lustig so links rum die linken linke faust und rechts kommt die rechte ich glaube ich habe die rechte gar nicht doch die rechte ist hier ach das ist die rechte ok schade ok next one ich glaube also wir sind gerade 29 vor christus und es wäre lustig wenn wir genau um null rum fertig werden ich muss mal schauen deren angebot ja meine güte dann kämpft halt mit dürfte so massilien massilien ist nicht hier sondern da oben gehen nach oben naja auf jeden fall muss ich mal schauen was jetzt noch die letzten das hat er nicht gezeigt hier weiß ich nicht was passiert ist die letzten ziele ist für mich ein ziel ist sind für mich und dann er geht jetzt durch die wüste da können wir ja wirklich schauen dass wir das letzte dann um 0 vor christus erreichen werden oder 0 vor christus klingt so bescheuert also um 0 rum bekommen na das wurde gerade erobert ok so gescheiterte bestechungsversuch das ist der rang erhöht rang erhöht kennt jetzt geworden wunderbar was ist da passiert nichts gut level up ist da passiert so dann machen wir nahkampfabwehr dann schauen wir mal ziele ultimative ziele beherrscht 90 siedlungen wir haben 138 beherrscht sechs provinzen ja wir brauchen eigentlich nur noch ein paar sie einhalten wir brauchen noch zwölf sie einheiten dann haben wir gewonnen ja ich würde das aber dann wirklich gerne so machen dass wir um 0 rum ja gewinn so dann gehst du mal hier nach arachilum sehr schön und du gehst weiter nach tarako da warte ich noch zwei runden du kommst mit du kommst mit du kommst mit du kommst mit kommst dahin du wirst dahin belagerungen fortsetzen dann 28 vor christ also hier ist alles frei und so sieht es gerade aus also ja wir können mal die kinder fragen was sie von uns halten die kinder die münge uns gar nicht ja das ist doch doof handel das ist aber doof von euch oder dumm von eure vorfahren blablabla ja die ente redet ja immer noch okay dann bleibt da war was und da war auch was da machen wir mal das da machen wir das da alles schöne party hier machen wir Ares, Poseidon, Athene, Zeus, Nymphen ja machen wir mal Nymphen wegen Wohlstand für die Landwirtschaft hier machen wir mal alles weg, das brauchen wir alles nicht, ne danke das können wir bauen, das können wir brauchen machen wir Athene da machen wir weiter dann machen wir auch weiter dann machen wir auch weiter das ist halt ja im late late game da ja es ist mehr oder weniger sogar egal was man baut man schnipst einfach durch und man muss ja nie auf aufs geld achten oder so das ist dann ja auch immer ganz ganz lustig so geschützt bin ich immer noch das ist gut minus Patische Familie minus 49 willst du nicht verquaken das ist so als die war doch letzte runde war die noch voll positiv so von wegen die kail merkt er gewinnt fast jetzt müssen wir ihnen noch mal was rein drücken Patische Familie, das ist halt ein bisschen blöd weil die Patische Familie ist schon relativ groß Patische, ne das ist katharische und das ist die Patische ja dann würde ich mal sagen ist es bald so ist es jetzt soweit und ja ich mache eine neue armee auf so die nenne ich aber ähm 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 geht nicht ähm dann sagt werde ich zu sehen mit dem fuß ähm äh an der fuß hehehehe gut dann italien reitereien natürlich wieder äh voll dabei die sind wieder voll dabei die ähm leinepanzerschwertkämpfer die Schildträger die Schildträger und die da gut wie lange brauche ich vier Runden okay alles klar vier Runden werden meine ja noch aushalten so was machen die hier so was machen die hier ja wobei ich hätte gar keine neue armee gebraucht also das wird meine ja das wird eigentlich keine schlacht weil es langweilig ist ja das ist äh too langweilig ähm das machen wir auch weg so schrecken des Phobos jetzt jetzt genau jetzt schicke ich die mal Richtung Norden weil die müssen wir hier auch mal aufräumen den lasse ich nochmal ähm und dann fehlt eigentlich nur noch die beiden die beiden und äh Spanien okay gut dann schenke ich mir nochmal was ein so gegen wen hat er gerade gekämpft? Luftkampf hat er gerade das nicht geschafft das anzugreifen oder hat der Gegner gerade einen Ausfall gemacht und äh auch verloren dieser Krieg hat eurem Volk geschadet dies ist die Chance nö es hat dein Volk geschadet und äh es wird dir noch mehr schaden und wieder sehe ich nicht was abgeht so ja Agenten Action hätte ich mir denken können und hier sind nochmal und er hat es schon wieder geschafft ich hoffe irgendwie nur ähm äh der hat der hat es geschafft meinen Agenten zu töten der Agent war gut das war ein 8 Leveler ein 8 Leveler der hatte äh wie ist das denn jetzt? ja äh kann ich vergessen mit den ganzen Streitwegen hehehe das ist Alexandria der hat mir gerade Alexandria geklaut ok ich mache ich so fertig der kommt einfach daher und greift Ägypten an und hier ist noch Jerusalem das kann er nicht schaffen das kann er nicht schaffen er kann das schaffen bist du dir sicher? ne 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 ich bin mir nicht sicher je nachdem wie er die ähm Streitwegen einsetzt und den Bogenschützen also der Bogenschütze kann kann äh Gewinn oder Verlust sein oder also ihr wisst schon was ich meine ich stelle die mal hier hin ja wobei dann kann er sich hier hin stellen meine kann nicht schießen und er kann mich abschießen ah dasselbe ist mit hier hm oder ich gehe einfach hier hin ich glaube das ist sogar ganz gut ich glaube das ist am besten hier ich hatte vielleicht ein bisschen vor und die kommen da hin hier muss mit denen versuchen ähm so schnell wie möglich äh die Bogenschützen auszuschalten also die Elefanten sind äh an sich kein Problem es sei denn sie gehen hier rauf wie lange die warten um zu schießen wie lange die warten um zu schießen Unser General wird angegriffen um und die 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 okay dann ist der bug doch noch nicht ganz so ausgebessert also das war ja jetzt gerade synchronen fallen ja das passiert halt wenn der elefant rautet und der gegner ja tötet die alle oder lässt sie töten und sich das ist eine ganz gute einheit weil wegen den schwertern also die kann natürlich der freundlich feiern machen das sieht man hier ganz gut wo okay also anscheinend können die doch nicht ganz so viel freundlich feiern machen wird weil normalerweise werden die jetzt dadurch Prozent weiche zieht es einmal um es ist dann doch einfacher sein bürgerwehr du 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 umschützen weil hier läuft es gerade ganz ganz in Ordnung okay bisschen vorspulen die in die kann ich hier halten nicht wirklich gut werfen oder angreifen halt allgemein hier voll durch seine eigenen Einheiten also der die KI kann echt so ja die Streitwagen nicht sehr gut einsetzen bei meinem Let's Play mit den Jake also das Spiel nicht sehen da habe ich auch manchmal Streitwegen also mein General kann halt Streitwegen haben und ja da könnt ihr mal sehen wie man die richtig einsetzt also an an sich ist es eine sehr spaßige Einheit aber sie ist nicht unbedingt gut also sie ist vor allen Dingen gut wenn wenn es ja wenn sie äh hinter feindliche Linien kommt und und dann und dann kann kann man einfach durch die feindlichen Einheiten durch ja durch flutschen und das sei das macht schon Spaß und ne oder der kann von da schießen oder war das gerade ein Vogel oder das war meine ne der schießt von da Junge der schießt von da are you kidding me war ne gar nicht so schlecht diese können diese kann der gerade so 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 wie sie an die an die Verlangen an der Verlangen wenn wir seltsam die überlege gerade was ähm wie ich äh die äh das gleich mit den Bugenschützen mach äh der verliert gerade gegen den und der verliert gerade äh gerade gegen den den der das ist schon mal gut dann gehe ich mal aggressiver rein und dann gehe ich ihnen die seite ja komm schon du willst es doch auch manke flieh ihren namen danke natürlich wenn ich komme jetzt die den mob und versucht hier dann den einzukesseln oder zumindest zu versuchen die bogenschützen abzulenken wie kann das nicht ja jetzt kann die ok und jetzt leider jetzt muss ich versuchen die steinschleiderei hirn zu tun und versuchen die bogenschützen anzugreifen die könnte es von da ja super hätte ich das gewusst wobei warte warte nein 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 die gehen wir jetzt wieder ganz schnell zurück das bild dass er hier steht ok das sieht gerade ganz gut aus so weg da weg da weg da zurück 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 ja 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 wie kann der wie kann der wenn er während er nach da geht schießen und der kann das auch nicht weil der gerade mit dem käften so ein klitzekleiner böser cheater das ist ganz gut dass er gerade eigentlich nur die angreift und nicht den die pepiniers einheit das ist ein schrecklicher an könnt ihr den bitte mal platt machen danke ok so jetzt wieder die da unsere männer fliegen vor der schlag das ist ein schrecklicher an wo hin geht ihr das ist so bescheuert was sie gerade gemacht haben die haben ja schon gezeigt dass sie auf den schießen können anscheinend können sie jetzt nicht mehr schießen ok alles klar dann können die halt nicht mehr schießen dann schießt halt auf den die sind so grausam dumm so grausam ja die gehen jetzt mal außen rum und beschießen die dann von da vielleicht können sie das ja schön das ist ja Das ist auch so was, dass die gebrochen sind, aber nicht fliehen. Aha. Ja, die kommen wieder und sind natürlich standhaft jetzt. Ach, die können nicht mal. Ja, sorry, das ist nur gerade so ultra lustig, dumm, es ist einfach nur, es ist nur sehr dumm gerade. Ja, come on. Der hat eine Munter verliebt. Ja, ja. Was ist denn jetzt gerade los? Hä? Der schafft es wahrscheinlich auch nicht, weil die Bogenschützen sind so gut, dass sie mit ihren kleinen Schwertern alles vernichten. Und gegen den kann ich sowieso nicht mehr antreten, weil ich eigentlich trug bin. Ja. Aha. Okay, weg der Weg da. Und ihr von hinten. Gleich doch, die Bogenschützen werde ich jetzt nicht schaffen. Oh. Eine unserer Einheiten hat ihre gesammelt. Eine junge, was sind bloß? Ah, wenn es so weitergeht, dann brauchen wir ewig bis zu null vor Christus. Gut, also, Nasa Monen. Ähm, ja, macht euch bereit für eure... Alter, was ist jetzt los? Was ist denn da los? Die sind jetzt, äh... Die haben jetzt die ganze Zeit gewartet und, äh... Go for it so ungefähr. Interessant. Die haben jetzt innerhalb von... Äh, einer Runde haben die... 1, 2, 3, 4... Ähm... Vier Städte von mir erholt. Nicht schlecht. Das ist super. Das ist sehr gut. So. Aber trotzdem, das, äh... Geht mal gar nicht hier. So, Entwicklungsfokus. Militärisch oder zivil? Ich mache natürlich zivil, weil das ist das einzige, was wir noch erforschen können. Kind ist geboren. Nochmal. Super. Ähm... Germanische Konföderation. Okay. Hier geben wir denen mal ein bisschen, äh... Fortschritt. Durch Aqueduct und sowas. Und das nehmen wir jetzt auch an. Nein, Tobi, Tobi, stopp. Du überziehst schon wieder. Gut. Entschuldigung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und, äh, so sieht man alles ganz gut. So. Habt ihr? Ja. Hier, das da wurde komplett wieder erobert. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Äh, finde ich ganz gut. Gut. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und, äh, besucht mich mal auf Twitch. Jeden Donnerstag. Und jeden Montag. Ab drei Mal. Danke fürs Zuschauen. Und bis dann. Bye-bye. Ja, wir haben uns gleich wieder информiert. Und bis dann. Bis dann. Ja. 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 Wie? Bis zum nächsten Mal.